Ich bin's, der Atta, und ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Moin, mein Sportfreund, schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir wollen über das Spiel Darmstadt 98 gegen Hannover 96 sprechen, Endstadt 1 zu 0. Herzlichen Glückwunsch erstmal an die Darmstadt zum Heimsieg. Und für alle, die das erste Mal dabei sind, ich möchte natürlich kurz etwas erläutern. Ich möchte aus meiner Sicht meine Meinung näher bringen, was ich so gesehen habe, wie ich ein Spiel erlebt habe, beziehungsweise wie ich es empfunden habe. Wenn ihr eine andere Meinung habt, können wir die gerne diskutieren. Aber bleibt sachlich und fair und respektiert auch Meinungen anderer. Soviel erstmal vorweg. Ja, ansonsten möchte ich hier auch erstmal ein bisschen auf beide Menschen eingehen. Mehr auf 96, als auf Darmstadt, weil ich Darmstadt nicht so gut kenne wie 96. Und von daher möchte ich da auch in Entschuldigung sagen, falls ich was Falsches über Darmstadt sage. Sagen wir zum Spiel. Darmstadt hat einmal zum Vergleich zum Pauli-Spiel gewechselt. Wilhelmsen kam für Ronstadt. Und bei 96 gab es gar keine Veränderung zum letzten Spiel, außer halt auf der Bank. Aber darauf brauchen wir nicht weiter einzugehen. Ja, kommen wir zum Spiel an sich. Hannover hat auf jeden Fall einen harten Brocken vor sich gehabt. Und ich muss wirklich sagen, Darmstadt war über das gesamte Spiel reifer, abgeklärter, eingespielter, zweikampfstärker, laufbereiter. Und in allen Belangen eigentlich überlegen, warum die nur 1-0 gewonnen haben, das weiß Darmstadt wahrscheinlich nur selbst. Ich weiß es zumindest nicht. Weil Chancen über Chancen hatten sie gehabt. Aber wir dröseln alle so ein kleines bisschen auf. Und dann wollen wir mal schauen, was am Ende bei rauskommt. Ja, Darmstadt war auf jeden Fall ziemlich abwartend anfangs. So habe ich das empfunden. Wollten 96 erstmal kurz machen lassen. Und so hatten wir auch schon die erste Chance zum Spiel. Und wenn Harvard Nielsen dort einfach quer legt, anstatt abzuschießen, da hat Schuhen super gehalten, dann könnte in der Mitte vielleicht jemand gestanden haben, der einschied. Und dann hätten wir ein anderes Spiel gehabt. So, das war ungefähr so die einzig richtig starke 96-Aktion offensiv. Ansonsten muss ich sagen, ich hätte bei 96 ein kleines bisschen was anderes erwartet. Also zumindest aufstellungstechnisch. In den letzten Spielen ist es immer wieder aufgefallen, also ich weiß nicht, ob ich das so sehe oder falsch empfinde, dass gerade in der Mitte, zentrale Mittelfeld, ein Riesenloch ist zwischen Mittelfeld und Sturm. So, dass der Sturm halt auch kaum vernünftige Bälle kriegt. Und nach hinten, ja. Es verwundert mich auch nicht, dass sie heute verloren haben, weil Darmstadt einfach, also wenn die so da aufsteigen sollten, und davon gehe ich mal ganz stark von aus, und die Mannschaft zusammenhalten können, dann denke ich, dass sie einen interessanten Aufsteiger haben könnten. Denn, ja, die Spielanlagen und die Eingespieltheit ist auf jeden Fall schon ziemlich groß und stark. Und auch die Reife der Mannschaft zeigt, dass sie auch in brenzlichen Situationen immer wieder da waren. Nur 96 hat es nicht geschafft, den Ball mal spielerisch nach vorne zu kriegen. Meistens waren es lange Bälle und, ja, da stand halt einfach Pfeiffer. Er erinnert mich so ein kleines bisschen an Sanif Stani, zu seinen besten Zeiten, Hannover 96. Da war auch der Turm in der Brandung. Jeder hohe Ball, der gekommen ist, der ist da natürlich auf seinen Kopf gelandet. Und war auf jeden Fall schon ein starkes Stück. Ähm, ja. Ja, ansonsten muss ich sagen, was mir auf jeden Fall sehr imponiert hat bei Darmstadt, das ist halt dieses, ähm, die Geileit auf den zweiten Ball. Und das hat uns total gefehlt. Wenn wir Ball hatten, war der auch relativ schnell weg. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Fehlpassquote ist. Müsste ich mal schauen. Ähm. Gucken wir mal. Wo war das hier? Ja, genau. Ähm, schauen wir mal mit rein. Ja, das ist halt, ziemlich eindeutig, äh, 60 zu 39 Prozent, äh, Ballbesitz. Vorschüsse 22 zu 9, Vorschüsse Austausch, haben wir noch 4? Und Hannover nur 2, Becken 12 zu 6. Ja, ansonsten, ähm, Hannover nicht wirklich viel bieten können, äh, oder gegenhalten können. Und, ähm. Ja, dazu kam natürlich auch noch, dass wir, leider Gottes, eine spielentscheidende Szene hatten. Ich möchte gar nicht so wirklich auf den Schiedsrichter eingehen und auf irgendwas, sagen wir es mal, äh, Falsches behaupten. Beziehungsweise, was Falsches sagen. Aber, es war doch schon ziemlich eindeutig, dass, eine Szene, und das ist die Elfmeterszene, auf jeden Fall, ähm, für Diskussionsstoff sorgt. Das wird wahrscheinlich am Titel stehen. Darauf möchte ich eingehen. Also, es gab eine Situation, da hat, ich weiß gar nicht, wer das war, ähm... Ähm, Müller, genau. Ich glaube, Müller war das. Der kriegt den Ball nach einer Ecke. Wir hatten viel zu viele Ecken zugelassen, äh, gegen so eine, äh, eckenstarken Mannschaft, sozusagen eine standardstarke Mannschaft, die uns an allen Belangen, wie gesagt, überlegen war. Und, äh, der schießt, und Neumann geht so in den Ball, vergrößert so ein bisschen seine, seine, äh, Fläche. Und, äh, der geht dagegen, und, ja, wäre eine freie Schusschance gewesen. Und, ja, leider Gottes, äh, ging es dann raus. Kortus ging dann, äh, durch die VAR nochmal nachschauen. Gibt euch den Elfmeter. Mit dem brauchen wir gar nicht reden, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Äh, da möchte ich auch gar nichts Negatives zu sagen. Wo ich aber was Negatives zu sagen will, ist die folgende, äh, Doppelbestrafung. Ähm, es ist ja nicht so, dass er so dahin gegangen ist, oder den Ball auf so abzuwehren oder weggeboxt hätte. Sondern er war im Lauf und dreht sich, um den Ball vielleicht, wenn es ein Flachschuss ist, abzuwehren. Worauf er vielleicht spekuliert hat. Ich hätte gedacht, eine gelbe Karte wäre hier gerecht, weil, ähm, einmal, äh, der Spieler halt im Weg steht. Und, also Kunze, und, beziehungsweise der Schuss vielleicht sogar auf Zieler gekommen wäre. Und Zieler hätte ihn vielleicht gehabt, man weiß es nicht. Allerdings muss ich sagen, dass eine rote Karte hier total überzogen ist. Und dadurch war der Spieler nämlich mehr oder weniger, der eine bestimmte Richtung, nennen wir es mal, geschoben, gekippt. Und, äh, natürlich zu Darmstadt-Seiten. Und leider Gottes, äh, gab es dann diese Elfmeter dann mit roter Karte. Aber Zieler, Bombe, einfach Bombe, wie er den gehalten hat. Heute Zieler wieder eine glatte Eins, ähm, sowas, das, äh, Abwehr von Torschlässen und Chancen gab. War da, wann er gebraucht war. Aber, und immer wieder anspielbereit, auf der Gegenseite Schuhen, so viele Glanztaten, hat nicht viel machen können. Ähm, gebe ich eine 2, weil er nicht so viele Chancen, äh, auf der Tor hatte. Und nur einer wirkliche Torschlässen vereiteln musste. Waren auf jeden Fall so, äh, bockstarke Torhüter wieder mal. Ansonsten hat mir bei 96 nicht gefallen, dass R&B eigentlich mehr oder weniger durch Köhn alleine gelassen wurde, wieder mal. Köhn ist defensiv nicht so stark, er ist offensiv von wie vor eine Wucht, aber nach hinten heraus echt ein bisschen schwerer. Und man merkt einfach, 96 hat ein Problem gegen Mannschaften, die oben stehen, die ein bisschen besser Fußball spielen können. Und, äh, hat dann so seine Probleme, auch das Spiel zu machen, beziehungsweise ins Spiel zu finden und gegenzuhalten. Und darum hat 96 auch in meinen Augen heute zu Recht verloren. Ähm, ja, und bei, bei Darmstadt, äh, das ist schon echt, äh, genial, was sie auf den, äh, auf den Platz bringen. Und vor allen Dingen, was ich super finde, ist von denen, äh, diese Art und Weise, wie sie es machen. Und, ähm, wie sie halt, ähm, auch nach vorne spielen. Da siehst du keine langen, geschlagenen Bälle, da siehst du wirklich Bälle in den Fuß. Und das ist, äh, einfach ne, ne, ne Kunst, äh, für sich, was Lieberknecht da auf die Beine stellt, wieder einmal. Für mich ein super Trainer eigentlich, äh, muss man ehrlich sagen, egal wo er war, er hat eigentlich recht oft häufig, äh, Erfolg. Und lässt aber auch guten Fußball spielen. Und so verwundert ist es auch nicht, dass natürlich Darmstadt viele, viele Chancen hatte. Und, ähm, äh, ja, auch Möglichkeiten. Die größte zum 2 zu 0, äh, muss ich eigentlich sagen, in der zweiten Halbzeit. Das, äh, Versteuerung war von dem. Und freistehend, äh, muss der Ball, ich glaube Tietz war's, der muss jetzt versenken, das, dann ist das Ding durch. Aber, hat es sich getan. Und, äh, da hat Zieler sich auch unseren, äh, Anteil zu beigetragen. Ansonsten, gute Paraden, äh, von Zieler immer wieder. Ähm, wenn er gebraucht war, war er da. Beim Gegentor, boah, war das ein Strich. Das war ein richtig geiles Tor. Muss ich sagen, also, ich bin neutral objektiv, muss ich dazu sagen. Ähm, da ärgert es mich, dass Hannover verloren hat. Und auf die Art und Weise wie. Die haben es ja selber in der Hand. Auch mit 10 Mann kann man auch ein Tor schießen. Aber, das 1 zu 0, das war wirklich unhaltbar. Also, es war einfach abgelegt, abgezogen, schön, gerade Linie, links ins Eck aus, äh, sich vom Schützen. Und, ja, da kann Zieler sich strecken, wie er will. Er kann auch beide Hände nehmen, er hat nur eine benutzt. Ja, aber das war einfach ein ganzes Tor. Ich hätte mir zum Hause bei Leiton allerdings gewünscht, dass er umstellt. Ähm, vielleicht einen Stürmer ausnimmt. Zum Beispiel Weidand. Ähm, oder Bayer. Und vielleicht einen Leopold bringt, einen Schaubring, einen Ernst bringt. Leute, die, äh, ballen sich ja sind, um das, äh, spielerisch ein bisschen zu fördern. Weil, es bringt ja nichts, wenn man immer nur den Ball nach vorne schlägt. Und, äh, von daher, ja. Äh, finde ich halt schade. In der zweiten Halbzeit haben wir, wie gesagt, keine Entlastung mehr gehabt. Außer einmal durch Teuchert, der nach vorne war. Ähm, aber ansonsten, Nein, war halt nicht wirklich das Spiel vor 96. Und das zeigt auch ab, dass wir bei einem möglichen Aufstieg, den man ja auch anpeilen kann aktuell, wie bei der Tabelle da stehen, einfach noch nicht reif genug sind. Und vielleicht denke ich auch, dass es auch zu früh kommt. Und, in dem Sinne, ähm, muss man auch Respekt zollen. Die Wechsel kam in meinen Augen auch ein bisschen zu spät. Gerade, wenn man die ganze Zeit in Unterzahl spielt. Wir haben ja 60 Sekunden, äh, Minuten. 60 Sekunden, 60 Minuten in Unterzahl gespielt. Hätte ich mir gewünscht, vor dem 1 zu 0, so 60s darum, vielleicht nochmal was Neues zu bringen. Äh, wir hatten genug Alternativen und leider Gottes hat sich auch dort ein leichtes anders entschieden. Klar, wir sind alles Trainer, wir wissen es immer alle besser. Ähm, hätte ja auch sein können, dass wir mit dem 0 zu 0 über die Runden kommen. Was natürlich absolut unverdient gewesen wäre. Aber letztendlich, ähm, habe ich auch mal Transfermarkt, die ganz oft gelesen, äh, bei einer 96-Area zum Spiel, Dampfter 96. Ähm, was die Leute sich über den Schiedsrichter extrem aufgeregt haben. Ich fand die Strafmaßfindung nicht besonders gut. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass er nicht jede... 2,6... 96, ähm... Gegen 96 wertet. So ein bisschen, so ein bisschen gleiches, gleiches Entscheidungsmaß wäre gut gewesen. Ähm, mir gefiel der Schiedsrichter nicht. Kortus hat mich überhaupt nicht überzeugt heute, die nachher mal einen schlechten Tag kam. Hat schon bessere Spiele gezeigt als Schiedsrichter. Da will ich jetzt gar nicht weiter rumhacken. Am Ende lag es nicht nur am Schiedsrichter, ähm, es lag an vielen verschiedenen Faktoren. Und ich hoffe, dass wir das gegen Kiel dann, äh, besser machen. Und, ähm, im Auswärtsspiel haben wir noch ein anderes Spiel. Ich weiß gar nicht mehr genau. Bin jetzt nicht ganz auf der Höhe. Aber nochmal schnell nach. Termine. Haben wir noch ein Heimspiel. Düsseldorf, stimmt. Düsseldorf. Die Fortuna kommt. Unser, äh, vor allem eigentlicher Liebenssieger am Dienstag sogar schon. Naja. Am Dienstag spielen wir halt, äh, in, äh, Düsseldorf. Über die Tabelle brauchen wir nicht losreden. Es gab nur zwei Spiele und, ähm, ja. Darmstadt hat sich auf jeden Fall oben jetzt richtig schön, äh, reingepfläzt auf Platz 1. Ich glaube auch nicht, dass die so schnell da runtergehen. Das wüsste ja schon mit dem Teufel von Genialem. Jetzt, ähm, acht Punkte auf, äh, 96 Vorsprung und bis nur auf Heidenheim. Diesen auf Platz 4. Und, da müssen wir mal gucken, was passiert. Was der HSV macht, was Paderborn macht, was, äh, auch Düsseldorf. Am nächsten Spiel dann wieder, äh, ein Topspiel. Düsseldorf gegen Hannover oder bis nach Hannover in Düsseldorf. Da bin ich mal gespannt, was auf jeden Fall dort abgeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich, ähm, dass er da zugeschaut hat. Meine Meinung ist, 96 eine durchgängige 5. Außer Ziel einer 1. Ansonsten, äh, bei Darmstadt, äh, eine starke Mannschaftsleistung. Jeden Spieler würde ich dort heute eine Minimum 2,5 geben. Ähm, und von daher, Rumpenspiel. Ich wünsche eine verletzungsfreie Saison allen Darmstädtern. Und alle 96, wenn sie da waren, natürlich auch eine, äh, gesunde Heimfahrt. Und wir sehen uns dann, äh, ja, am Dienstag zum nächsten 96-Spiel-Video und so. Wir sind in der Harte rein, Leute. Danke fürs Einschalten. Danke fürs Einschalten. Untertitelung des ZDF, 2020